und herzlich willkommen zu diesem neuen video auf meinem kanal leute und wie also ich hatte mal früher mehrere kanäle gehabt und habe mehr so mich um meinen lego talokan gekümmert also habe mehr zeit und arbeit in den talokan gesteckt so jetzt hatte mich ein anderer youtuber mal angeschrieben gehabt er hatte wohl auch irgendwie so ein talokan gebaut und hat geschrieben dass meiner cool ist und so aber er würde es nicht hinbekommen um so zu bauen wie ich so daraufhin dachte ich mir jetzt zeige ich euch mal wie das funktioniert also das ist eigentlich gar nicht so schwer so ihr müsst einmal diese platten haben also zweimal diese platten so dann baut ihr so ein teil die höhe ist eigentlich spielt keine ohne doch schon eigentlich kommt dran wie groß eure gondel ist und dings und ja so was halt dann habe ich die zeit hier oben links hier die verbindungsteile weil ich muss ja auch irgendwie halten so sieht man richtig dann kommen jetzt zwei solche teile dran wie die verbindungsteile weil es muss ja halten leute sonst bricht es einfach hinten weg dann braucht ihr ein solches teil mit türen eingebaut so und dann werden die hier verbunden so dass es nicht mehr wackelig ist da kommen links und rechts die teile drauf wo auch die gelenke eingebaut sind hier seht ihr dann zu verarbeitet ihr das ding festmachen so und da setzen wir schon das teil rein dieses teil der schwung arm und alles so und jetzt kommt der teil wo ihr handy drehen müsst weil ich mit der app nur so machen kann jetzt kommt der gondelaufbau ich habe eine platte mit sich auf mehreren stein zusammengesetzt dann müsste ich erst so machen wie ich hier so jetzt kommt der teil wo sich das so drehen so ihr setzt die einzelnen die stühle rein dann setzt die platten drauf und am ende die das ganze teil so aus und hängt dann hier drin soll dem talokanen von tasan ähneln und ja ich hoffe ich konnte ein bisschen helfen wie ihr den hinbekommt und haut rein euer achterbahnreiter und ja bevor ich mich ganz verabschiede in zwei monaten gibt es ein fan tasan video und in drei monaten gibt es eins lackaren blog fünf tage blog haut rein leute macht's gut und dann geht es 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 gut